Wir sind überzeugt, dass die deutsche Demokratie an einem Scheidepunkt steht und dass es jetzt darauf ankommt, Fehler zu vermeiden. Und wir sehen die große Gefahr, dass hier politisch falsche Weichen gestellt werden, dass die Architektur Deutschlands und Europas falsch festgezurrt wird und das weitestgehend an den Parlamenten vorbei und auch gegen die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Ich habe bei der letzten Pressekonferenz das Wort in den Mund genommen, der ESM ist ein Putsch gegen das Grundgesetz. Dieser Überzeugung bin ich weiterhin und ich will hinzufügen, diese Putschisten, ich stelle hier ganz vorne hin Frau Merkel und Herrn Schäuble, sind jetzt dabei ein trojanisches Pferd in die Stadtmauern hineinzuführen. Auf diesem Pferd steht ESM drauf. Diese beiden Putschisten wissen ganz genau, was sie hier tun. Es geht hier nicht um die Rettung irgendeiner Währung, es geht schon gar nicht um die Rettung Europas, sondern es geht darum, hier ein System umzufirmieren, die Demokratie abzukoppeln von der Finanzwelt und der Finanzwelt im Endeffekt große Macht einzuräumen, die Demokratie im Prinzip an dieser Stelle über den Tisch zu ziehen. Und es ist schon bezeichnend und meine Kollegen zur Linken und zur Rechten werden nachher die Dinge vertiefen, wenn man sich darum streitet, ob denn der spanische Staat für seine Banken verantwortlich wäre. Das ist die große Frage. Gleichzeitig aber stellt man als selbstverständlich in den Raum, dass der deutsche Steuerzahler für spanische Banken zuständig ist. Allein dieser Umstand zeigt, dass man hier ja dabei ist, die Vernunft völlig auf den Kopf zu stellen. Und mich erschüttert auch, meine Damen und Herren, mit welcher Stumpfsinnigkeit Bundestag und Landesregierungen diese Aktion so mitmachen. Ich habe gestern mit einem SPD-Bundestagsabgeordneten gesprochen. Also für solche Leute ist diese heutige Sitzung zur Spanienhilfe eher ein lästiges Ding, dass man mal hier vom Urlaub zurück muss. Man merkt hier gar nicht oder will es gar nicht merken, was hier eingefädelt wird. Und als Mitglied des Bayerischen Landtags und auch Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, Herr Piazzolo zu meiner Linken, ist ja auch Mitglied des Landtags, ist es genauso erschütternd wie an den Landtagen vorbei. Dieser Fiskalpakt hochgezogen wird. Wir hatten gestern in der launischen Sommerrede des Herrn Ministerpräsidenten Seehofer mit ein paar Sätzen so irgendwie den Zungenschlag, ja man müsse ja die Errungenschaften Europas verteidigen und deshalb ist das alles gut so. Wenn gleich an anderer Stelle mit gewissen Drohkulissen und Andeutungen, ja so tut, als würde er sich für seine Menschen einsetzen. Es ist für uns jetzt auch als Betroffene parlamentarische, in dem Fall auch des Bayerischen Landtags, schlichtweg eine Zumutung, wie an den Ländern vorbei Zuständigkeiten organisiert werden, wie Länderparlamente entmachtet werden, wie gesagt wird, ja das habe ja auf die Landtage gar keinen Einfluss. Gleichzeitig wird aber verkündet, ja um die Betroffenheit der Länder auszugleichen, gibt es ja dann das Bundesleistungsgesetz ab 2014, wo sich der Bund an den Sozialkosten für die Behinderteneingliederung beteiligt. Oder wenn Strafzahlungen auf Länder zukämen, würde das dann der Bund übernehmen. Schon allein diese Lapsigkeit zeigt, dass die Dinge überhaupt nicht zu Ende diskutiert sind. Ich als Bayerischer Abgeordneter fühle mich hier völlig uninformiert seitens der Regierung. Wenn man sich nicht selber informieren würde, würde dieses Thema überhaupt keinen Stellenwert in der Landespolitik einräumen. Was unsere Regierung als Landesregierung im Bundesrat verhandelt, geht schlichtweg völlig an uns vorbei. Wir haben hier diverse Anträge gestellt auf Aufklärung des Parlaments. Alles an uns vorbei ist schlichtweg völlig unakzeptabel. Und wir Freien Wähler sind hier scheinbar die Letzten, die in dieser politischen Mitte für gesunden Menschenverstand trommeln, die sich um den Erhalt der Demokratie sorgen. Und ich sage mal ganz pathetisch, was haben wir nicht alles im Sozialkunde- und Geschichtsunterricht gelernt? Man müsse sich wappnen, wenn die Feinde der Demokratie kämen und müsste dann in die Bresche springen und Zivilcourage zeigen, wenn die Bürgerrechte in Gefahr seien. Und wir erleben heute ein kollektives Versagen der Politik aller Parteien, aller Institutionen, außer den Freien Wählern an dieser Stelle, will ich sagen. Deshalb sehen wir uns genötigt, eine weitere Verfassungsklage anzustrengen, die hier explizit auch die Haushaltsrechte der Länder nochmal in den Mittelpunkt drückt. Die auf der anderen Seite, und da wird Herr Wehrhorn darauf eingehen, auch die Bankenrettungspolitik in Frage stellt, wie ich es vorher angedeutet habe, dass wir für spanische Banken als deutsche Steuerzahler haften sollen. Und der spanische Staat sagt, mich geht das nichts an. Also das ist schlichtweg eine Schizophrenie. Und ganz dahinter steckt im Endeffekt, und das wiederhole ich an dieser Stelle, meinen Eingangssatz, dass die Putschisten Merkel und Schwäbel hier das trojanische Pferd in die Stadt führen und wissen, wer aus diesem trojanischen Pferd rauskrabbelt. Und am Ende wird der Bürger hier die Arbeit tun müssen und wird hier Geld abführen müssen und hat keine politische Macht mehr, auf dieses Spiel einzuwirken, weil sich diese Zuständigkeiten von der Demokratie abkoppeln. Das ist für mich staatstheoretischer Wahnsinn und insofern muss hier geklagt werden und muss die Öffentlichkeit aufgeklärt werden.